Ich bin Uli Kronenberg und ich bin anderswo hin. Heute bin ich in Berchtesgaden. Ich schaue mal, wo die Krimiserie mit dem Kommissar Watzmann gedreht wird. Watzmann ermittelt heißt die ARD Krimiserie, die im Vorabendprogramm läuft. Im Sommer 2019 läuft die erste Staffel. Acht Folgen sind es. Seit Mai wird das Ganze ausgestrahlt. Andreas Giebel, Peter Maron und Ines Lutz spielen die Hauptrollen. Watzmann ermittelt das Spiel in Berchtesgaden und wurde auch in Berchtesgaden und der näheren Umgebung im Berchtesgadener Land gedreht. Wer durch Berchtesgaden geht, der wird etliche Drehorte hier wieder finden. Vieles wurde zum Beispiel in der Fußgängerzone gedreht. Auch an der Post-Arena in Königssee, im Bergsteigerdorf Ramsau und dann der Almbachklamm in Magtschellenberg wurde gedreht. Der wohl wichtigste Handlungsort der Serie ist das Polizeikommissariat. Dort arbeiten Hauptkommissar Benedikt Beisel und sein Kollege Jerry Paulsen. Als Drehort für das Berchtesgadener Polizeirevier hat man sich etwas besonders ausgesucht. Nämlich das richtige Polizeirevier von Berchtesgaden. Das Polizeirevier kann man sich natürlich von außen ansehen. Das Polizeirevier liegt in Berchtesgaden an der Bayerstraße. Da ist es nahe dem Stadtzentrum, dem Markt Berchtesgaden. Gleich daneben liegt das Haus der Berge. Das ist das Nationalparkzentrum. Das ist jetzt die Einfahrt. Da fahren die Kommissare öfter zu ihrem Einsatz los. Diese prächtige Villa wurde 1774 von einem Großkaufmann gebaut. Der Mann hieß Josef Bayer und deswegen eben die Bayer Villa. Nach 1945 wurde die Villa von den Amerikanern beschlagnahmt. Es ist ein Wohngebäude gewesen. 1969 wurde die Villa zum Abriss freigegeben. 1878 nahmen sie wegen ihrer baukünstlerischen Bedeutung in die Denkmalliste auf. Da war es dann vorbei mit den Abrissplänen. In den 80er Jahren wurde die Villa restauriert. Seitdem ist das hier die Dienststelle der Berchtesgadener Polizei und jetzt eben auch Drehort von Watzmann ermittelt. Acht Folgen wurden bisher von Watzmann ermittelt gedreht. Wer Folgen dieser Serie gesehen hat, der wird die Serie Watzmann ermittelt mögen. Wie in einem Krimi üblich geht es natürlich um Kriminalfälle, die gelöst werden. Aber viel interessanter ist das Drumherum. Die Story ist mit so viel Witz und mit so viel Humor gemacht. Es ist einfach köstlich zu sehen. Da ist einmal der Kommissar Benedikt Beisel, ein typisch bayerischer Grandler. Und er bekommt zur Seite einen neuen Kollegen Jerry Paulsen. Das ist der Sohn einer Deutschen und eines G.I. Zudem ist er noch der Freund der Tochter von Kommissar Beisel. Das gibt genug Stoff her für richtig humorvoll schöne Geschichten. Da kann man nur hoffen, dass es bald eine zweite Staffel gibt. Das war es diesmal aus Berchtesgaden. In diesem Sinn. Tschüß! Untertitelung des ZDF, 2020